Guten Tag, mein Name ist Petra Bergmann. Ich bin die Teamleiterin des Schwanennestes Mainhaven. Das ist unser vollstationärer Bereich mit dem Schwerpunkt Autismus für junge Menschen bis 18 Jahre. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist die normalisierte Teilhabe. Wir haben hierfür verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel die unterstützte Kommunikation, Teach-Materialien und Pläne. Was mich persönlich im BWMK begeistert, ist die Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung. Alle Inhalte können gut in die Praxis mitgenommen werden und unterstützen mich in meiner täglichen Arbeit. Ich freue mich sehr für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie sich bei uns bewerben. Gerne können Sie unseren Bereich bei einer Hospitation kennenlernen.